Willkommen beim Muss-Man-Sehen-Podcast. Filme, die man sehen muss, Filme, die man sehen sollte, Filme, die es wert sind, gesehen zu werden. Ein Podcast von und für Filmliebhaber. Und weiter geht's mit den besten Fantasy-Filmen der 90er Jahre. Dieses Mal sowohl mit familienfreundlicher Hollywood-Unterhaltung, als auch mit bizarrem und düsteren Grotesk-Schick, als auch mit opulentem Blockbuster-Overkill, als auch mit pittoresker Lare-Pur-Lare. Wie wir bereits im ersten Überblick gesagt haben, das Fantasy-Kino der 90er Jahre war äußerst experimentierfreudig und ließ weitaus mehr, weitaus diversere Filme zu, als die vorhergehenden und folgenden Jahrzehnte. Da lässt es sich auch ganz gut verzeihen, dass es hier weder ein großes Lord of the Rings-Epos noch einen Harry-Potter-Publikums-Magneten gibt. Im Großen wie im Kleinen weiß die Dekade zu verzaubern. Los geht's! Casper von Brad Silberling Casper ist es tatsächlich gelungen, starke CGI-Effekte mit ordentlicher Schauspielleistung mit einer herzallerliebsten Geschichte zu kreuzen. Mag sein, dass der Nostalgie-Faktor eine wichtige Rolle spielt, andererseits, wenn man bedenkt, was bei einer Realverfilmung des freundlichen Gespenstes alles in die Hose hätte gehen können. Neben dem knuddelig animierten Geist glänzen hier nicht nur die CGI-Nebenfiguren, sondern auch ganz reale Darsteller. Christina Ritchie als unsicherer Teen, Bill Palman als besorgter, latent überforderter Vater und nicht zuletzt Kathy Moriarty und Eric Idle als herrlich überzeichnete Oberschurken. Casper bietet alles, was von gelungener Familienunterhaltung aus Hollywood erwartet werden darf. Auch in Real und CGI macht der freundliche Geist eine durch und durch überzeugende Figur. Die Stadt der verlorenen Kinder von Jean-Pierre Genet. Jean-Pierre Genet zum Zweiten. Dieses Mal ein wenig opulenter, ein wenig düsterer und alles in allem ein wenig größer als bei dem Meisterwerk Delikatessen. Das unheimliche Kuriositätenkabinett um die Entführung zahlloser Kinder in einer postapokalyptischen Hafenstadt ist mit Sicherheit nicht so gewitzt und durchdacht wie Delikatessen oder die fabelhafte Welt der Amélie, glänzt dafür aber mit anderen Vorzügen. Berauschende Bilder, prächtige und morbide Kulissen, überbordend kreative Einfälle, groteske Szenarien und eine ganz eigene, überschwängliche Ästhetik, die sich irgendwo zwischen Gothic-Novel, apokalyptischen Horror und kindlich-naiven Märchen einordnet. Der Indianer im Küchenschrank von Frank Oz Vom Düsteren zum Bezaubernden Einer der schönsten Kinder- und Märchenfilme der 90er Jahre ist Der Indianer im Küchenschrank von niemand Geringerem als Yoda- und Miss-Piggy-Schöpfer Frank Oz. Die Geschichte um einen kleinen Jungen, dessen Spielfiguren auf magische Weise zum Leben erwachen, steckt voller Herzenswärme und ist ein passionierter Lobgesang auf die kindliche Fantasie. Und das Besondere? Trotz ihrer einfachen und kindlichen Sichtweise läuft die Geschichte nie Gefahr, naiv oder kitschig zu werden. Ganz im Gegenteil. Dem Indianer im Küchenschrank gelingt etwas, was die meisten Kinderfilmer aus den USA vermissen lassen. Er nimmt sich, seine Protagonisten und sein Sujet ernst. Dragonheart von Rob Cohen Ja, ja, da ist Rob Cohens Dragonheart schon eine ganz andere Baustelle. Opulente Fantasy-Unterhaltung der Marke Hollywood. Groß, bombastisch, pathetisch und nicht zuletzt schweineteuer. Trotz seines nicht zu verleugnenden Big-Budget-Ursprungs und seiner traumfabrikschen Formelhaftigkeit gehört die fantastische Geschichte um die Freundschaft zwischen einem Drachen und einem Drachenjäger zu den besten Fantasy-Ebenen der 90er. Das liegt vor allem an seinem dicken Augenzwinkern. Dennis Quaid als sarkastischer und egozentrischer Drachenjäger, ein bestens aufgelegter Sean Connery, der dem im Mittelpunkt stehenden CGI-Drachen Mimik und Stimme leit, sowie eine intelligente Geschichte, die auf gewitzte Weise das Ende einer fantastischen Ära reflektiert. Klar, hier und da ein wenig vorhersehbar und allzu sehr in seinen eigenen schönen Bildern taumelnd, aber dennoch ist Dragonheart ein gehobenes, höchst kurzweiliges Fantasy-Spektakel, das man vollkommen ohne Scham einfach nur lieben kann. Orlando von Sally Potter Jetzt aber schnell zurück zur Hochkultur, bevor wir uns im Mainstream die Finger verbrennen. Sally Potters Verfilmung der Virginia-Wolf-Novelle Orlando fängt genau jene verschnörkelte Spielfreude ein, die bereits die literarische Vorlage auszeichnet. Eine Geschichte über die Jahrhunderte hinweg, durch die Zeiten, Epochen und Geschlechterrollen hüpfend. Orlando der Künstler, Orlando der Adlige, Orlando die Liebende, Orlando der Sterbliche, Orlando der Mann, Orlando die Frau, das breit gefächerte Transgender-Epos ist eine mimikrische Offenbarung zwischen Fantasterei, Dekadenz, nachdenklicher Introspektion, historischem Schaulaufen und verspieltem Ästhetizismus. Ein wunderschönes Festmahl für alle cineastischen Gourmets und Literaturliebhaber. So, das war's von uns. Wie immer erhebt diese Liste natürlich keinen Anspruch auf Objektivität. Unsere besten Filme müssen nicht eure besten Filme sein. Und damit seid ihr am Drücker. Was meint ihr? Haben wir was vergessen oder sträflich ignoriert? Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns eure Meinung in die Comments. Und wenn ihr möchtet, lasst uns gerne ein Like da. Tja, und damit verabschieden wir uns schon wieder. Bis zum nächsten Mal. The movie never changes. It can't change, but every time you see it, it seems different because you are different. You see different things. Shh. Oh, okay. You see. Vielen Dank.